Eigentlich wären wir hier in unserer wunderschönen Altstadt und würden uns über das Thema nachhaltiger Konsum informieren. In diesem Jahr geben wir einen Blick hinter die Kulissen. Wir sind bei den Initiativen und Betrieben vor Ort, um insbesondere im Austausch uns über das Thema nachhaltiger Konsum zu informieren und direkt zu schauen, wie die Betriebe vor Ort verändern. Sind auch Sie vor Ort Veränderer? Dann verlinken Sie uns doch einfach auf den Social Media Kanälen Instagram und Facebook unter dem Hashtag vor Ort verändern. Jetzt sind wir gespannt auf eine interessante, spannende Ökomesse in einem ganz neuen Format. Wir freuen uns!